Über den Bergen fahren wir. Wir fahren über die Berge. Ach ja, das ist ein Spaß. Na Clay, mach bitte auch noch. Als ob, mann! Okay, dann nicht. So und damit, hallo und herzlich willkommen wieder zu GTA Online. Heute mit dem Clayen wieder und wir spielen eine Map für mich. Von Tunte. Dankeschön für die Map, Tunte. Ihr könnt gerne Maps einreichen unter der E-Mail, die ich jetzt in den Kommentaren oder in der Beschreibung stehen lasse. Alles klar. Wo ist der Punkt? Ach, da unten. Da unten ist er. Komm! Fuck it! Daneben. Man ey. Du hast ja mein Leben. Hä? 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 Wo ist der? Perfekt. Als ob? Als ob du im Punkt bist. Ja, sehr gut. Ich hab ihn. So, Respawn. Oh, Musik. Ja, Mann. Ja, komm. Ho, ho, ho. Ein Gleit. Ein Gleit. Nice. Ich bin auf der... First Strike Gleit. Nice. Ich bin auf der Straße gelandet. Ja, dann musst du wieder zurück. Respawn. Okay, hier unten ist der Punkt. Ja... Wo ist der Punkt? Der ist mittendrauf. Okay, da die Wand hoch. Okay, interessant. Okay, ich würde aber versuchen, so hoch zu kommen. Dürfte ja eigentlich gar nicht so schwer sein, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Als ob der Punkt einfach so behindert platziert ist für mich. Alter, ey. Ich muss die Taktik echt mal lernen, wie die ich machen, ne? Dann sprech nicht nur, dann mach auch. Oh, Gott. Das war nichts. Ja, ich mach ja die ganze Zeit da nebenbei. Und? Okay, da war die Kante im Weg. Sehr gut. Scheiße. Ich schaff das da irgendwie nicht drauf. Oh, Kallei. Das ist ja primiert. Ja. Eine Runde Mitleid für Klayne und ich bin weggeflogen. Okay, super. Nee, das will ich eigentlich nicht so. Oh, fuck. Sehr gut. Den Punkt haben wir. Dann geht's hier rüber. Nein. Okay, den Punkt hab ich aber. Sehr, sehr gut. Bisher ist das halt easy. Äh. 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 Alles klar. Sehr gut. Also, Klayne, ich rush mal ein bisschen vor, ne? Kannst du gerne machen. Ich bekomme den Punkt nicht, aber gut. Ja, ich, äh. Du musst da einfach ganz langsam runterfahren. Ja, nein. Also, ich stelle mich gerade an wie der Skiller höchstpersönlich, muss ich mal so sagen, ne? Ist aber auch nichts schweres. Sehr gut. Hast du ja schon mal einen ersten Punkt? Ich bin bei. Wo steht's denn? Achso, ist, okay, das ist gar keine Runde. Okay. Boah, trotzdem bist du da. Doch, 14 von 42. Nice. Du bist denn viel? Ja, du bist. Äh, wenn du Y drückst, steht das unten rechts. Alter, wie viel Geld ich hab, ne? Oh Gott, da muss ich lang. Huiuiui. Alter, ganz knapp nur bekommen. Hab einfach. 190 Toner, äh, 370.000 Mann. Äh, 360.000, sorry. Krass, Mann. Als ob ich die aufhört, gerade die ganze Zeit. Huiuiui. Direkt den Punkt reinspringen. Nice, weiter geht's. Sehr, sehr gut. Huiui. Huiui. Über den Bergen fahren wir. Wir fahren über die Berge. Ach ja, das ist ein Spaß. Na, Klein, mach bitte auch mit. Als ob, Mann. Okay, dann nicht. Kann doch so nicht angehen, Mann. Das war super gesungen von dir, Klein. Ich weiß. Super Stimmlage. Ah ja. Da muss ich dir Respekt zollen, ey. Oh Gott. Jawoll. Mein Handy hat vibriert. Ach, warte mal. Lol. Hilfe, Hilfe. Ja, Punkt. Nice, nice. Nein. Mann. Komm schon. So. Ah, das Radio ist mal so geblieben. Nice. So, wo muss ich hier lang? Da lang. Oh, scheiße. Bisher ist das einfach nur Wildes umhergefahren. Welchen Punkt haben wir? 30 von 42. Äh. Wie komm ich da hoch? Äh. Wand hochfahren. Ah, warte mal. Da geh ich irgendwie drauf. Perfekt. Sehr, sehr gut. Alter, diese Stelle sieht hier einfach so mega geil aus. So diese Sandbank hier, ne? Sieht einfach so fresh aus, ey. Ach so, ich muss nur gegen die Wand fahren und dann? So gut wie ja, eigentlich, ja. Du musst ja nicht direkt die Wand krass hochfahren, dass du da unten drauf landest. So sind nicht, ne. Ah, okay. Ja, ja, jetzt hab ich... Also Teamwork war wirklich bisher viel, viel einfacher als die erste. Wirklich. Tausendmal einfacher. Hui. Jetzt geht's aber bergab hier, Jörn. Jetzt geht's aber richtig zu dir. Ja, wie bin ich da denn jetzt? Hui. Oh Gott. Bremsen. Wir fahren hier außen rum. Bin ich hier richtig? Nein. Bin hier nicht richtig. Fuck it. Warum fahr rein? Warum fahr rein? So viel. Warum was? Verrack immer so. Ist das mein Problem? Ja. Kann sein, ja. Aber mich juckt das eigentlich nicht. Oh ja. Skiller. Komm schon, ich will so profihaft sein und machen wir halt so. Noch eine Laterne dabei umnieten. Wo ist dieser Punkt zur Hölle? Ähm. Ja. Ja, hier kann man reinfahren. Da. Okay. Der Punkt ist einfach hier mittendrin. Aber okay, super. Loll. Danke. Hier hochfahren. Das muss man erstmal schaffen, genau da drauf zu landen. GG. Gucken wir mal. Ich muss hier echt mal andere Musik einfügen. Ich hab nämlich, äh, Alter. Ich hab nämlich einen, äh, Musikgeber gefunden, der richtig, richtig, richtig geile Musik einfügt. Zwar ist es drei Stunden der Remix oder so, aber mega geil. Ah, Attacke. Ach, fuck it. Weil, das können wir dann öfters hören. Denn, das ist wirklich mega cool. Und ich liebe solch Musik und dies einfach mal, äh, No Copyright. Jetzt aber. Wo bist denn du gerade? Bei so einer Bank, wo ich nicht hochkomme. Wo ich in eine Bank hochfahren muss. Und da hochspringen muss. Oh Gott, das war das Mikrofon. Nein, das wollte ich doch nicht in der Fresse haben, Mann. Ja, GG. Ich bin jetzt in den Bergen. Ja, da war ich auch vorhin. Alter, ich schaffe es hier nicht hoch. Was soll denn die Scheiße? Ach, Klein. Ich mach nicht auf, ey. Komm erst mal an meine Stelle, dann kannst du nicht aufbringen. Nee, weil ich gerade über den Punkt ins Wasser reingeflogen bin. Ey, das gibt es doch nicht. Ich bin nicht so unskilled, Mann, mit den Scheiß-Teilen, Mann. Ja, schon. Das hängt ja auf, ey. Ich weiß, aber ich wollte es nicht so offen darstellen, Mann. Boom. Jetzt komm schon hoch, da, Mann. Was gibt das doch nicht. Auf ein neues. Wahrscheinlich, weil wir die ungetunt haben. Sogar nur die normale Party. Huiuiui. Ich hab nicht meine Party, deswegen. Hast du nicht? Ich hab ne Akuma genommen. Achso, ah, okay. Mal gucken. Vielleicht schaffst du es ja damit besser sogar. Weil die ja mehr Speed in kürzerer Geschwindigkeit aufbaut. Ey, hoch genug bin ich, aber ich spring immer gegen die Wand, sodass ich bloß hochfliege, ne? Das ist schon erbärmlich, Mann. Ja, schon. Jetzt aber. Komm schon, ich will nicht gegen die Wand dauerhaft springen, Mann. Oh, scheiße. Ach, Klein, bist du ja gleich bei mir. Hoffe ich. Okay, dieser Stelle ist wirklich assi hier. Jetzt halt, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, was für ein Video ich das letzte Mal gebracht habe. Nee. Dass ich, dass ich das HD weggemacht habe. Achso, ja doch, doch, doch. Du hast mir ja schon gesagt, ja, von sich. Ja. Das freut mich für dich, Klein. Stehst du auch schon immer als Klein, einfach nur als Klein in der Beschreibung ohne HD. Ist doch gut. Du heißt jetzt so unterstrich Klein unterstrich in Minecraft, richtig? Genau. Nein, fast, Mann. Och, Mann. Ich weiß sonst kein anderer Name mal frei war. Ich hab mir eine halbe Stunde überlegt, was für Namen ich jetzt nehmen kann. Bitte. Alter, Mann, der ist immer so verdammt knapp, Mann. Das ist doch so ein Dreck, ey. Alter, die ist so lahm, die Maschine, ne? Wenn du mal die, im Gegensatz zu der getunten Barty, siehst. Wo, wo muss ich denn hin? Du musst hier hochfahren, an den Bänken. Ich muss erst mal nachher rein in den Jack. Ja, genau. Und dann musst du schön gegen die Bänke fahren und da hoch. Ja, komm, komm, komm. Nein, fuck it. Mann. Ich dachte, das war das erste Mal. Ach, ich hab's eben schon gedacht, ey. Ah, ja, ich steck dich fest, Mann. Also. Der war gut, der versucht, Klein. Da ist. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Nice. Also endlich, ey. Hat ja auch lange noch gedauert, ey. Ich sitze jetzt hier schon, schätzungsweise drei, vier Minuten dran, von neun. Ey, du willst ja jetzt auf mich warten, oder? Nee. Habe ich so gehört. Nee, habe ich nicht gehört. Also. Perfekt, da ist ein Punkt. LOL. Hallo. Glitsch nicht so, danke. Nein, Mann. Jetzt muss ich respawnen, ey. Okay, schöne Musik. Jetzt muss ich hier runter. Ey, als ob ich das dann geht, so. Ach Gott, den Punkt haben wir. Muss ich hier rüber. Okay, den haben wir nicht. Okay, respawnen wir da halt. So. Jetzt müssen wir die hier nehmen, richtig. Nicht dein Ernst, oder? Als ob. Ähm, das wird ein bisschen knifflig, würde ich mal meinen. Das würde ich mir meinen, dass es ein bisschen knifflig wird. Hui. LOL. Alles klar, die haben sich ein bisschen weggepackt. Ich muss einfach mehr anlocken. LOL, die haben sich auch weggepackt. Ha, ha. Das sieht gerade echt gut aus. Das schafft man da gar nicht hoch, kann das sein. Als ob. Sie sind einfach nur zur Verwirrung, da kann das sein. Muss man hier nicht eigentlich bloß die Wand. Weil da kommt man echt nicht hoch, da kannst du mir nicht erzählen. Wahrscheinlich, weil die sogar rausgepackt sind aus der Wand. Zeig mal, willst du mich ficken? Ja. Da, Alter, ich bin gerade über das Gebäude drüber geflogen. Na. Easy, Alter. So kriegt man den Punkt locker. Okay, dann kann man die ganze Scheiße überspringen. Sehr, sehr gut. Ja, aber ich habe ihn nicht befangen. Du sicher kriegst das. Nee, du kannst bei dem Punkt, warte mal, ich gucke mal kurz. Soweit ich weiß, ich war hier nämlich bei einer anderen Map schon mal. Kannst du da nämlich... Also, Ockmann, was sollt'n ihr Scheiß? ...diesen Checkpoint sozusagen anders holen. LOL. Wäre ich da drauf gestiegen geblieben. LOL. Geil. Ich hänge hier nicht ernsthaft jetzt fest. Gut, dass du mir das jetzt sagst. Ja, ich habe eben auch nicht dran gedacht gehabt. Ach, jetzt hänge ich hier ernsthaft fest, Mann. Wie bitter ist denn das, bitte? So, dann fahren wir mal da nochmal runter. Perfekt. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber egal. Komme ich jetzt hier überhaupt raus, Mann? Jetzt muss ich ja eigentlich hier gegen fahren, richtig. Hä, wie bist denn du da hochgekommen? Perfekt. Klein. Ich habe einen Weg, ich habe einen Weg. Wenn du jetzt wirklich in den nächsten fünf Versuchen oder in den nächsten drei Versuchen schaffst... So, das sah doch schon mal gar nicht schlecht aus. Du musst hier am besten ein Wheelie ziehen und sofern du in der Luft bist, mit einem Numpad achtdrücken. Oder halt so, dass du dich reinlehnst, weißt du? Ah, ach so, ja. Ja, dann. Ja, ich habe einen Numpad auch nicht gedrückt. Dann musst du danach machen. Guck mal. Gott, das kann schon keinem verkaufen. Das war schön hoch. Sag, wenn du den anderen Weg probieren willst, ne? Der war gut. Das sah jetzt eben so aus, als ob du vorgegengebern klatschst. Also soll ich dir den anderen Weg zeigen? Probier es noch einmal. Okay, ja, das war ja perfekt. Und dann darfst du raushauen. Okay. Ich habe keinen Bock mehr auf den scheiß Weg. Komm mit. Ja, ich fahre da einfach die Treppen. Ich würde es nicht vorher so machen. Oh Gott. Nein. LoL, grinden. Nice. Bevor ich hier anfange, mich zu verausgaben. Nee. So, ich mache nochmal alles mit dir, Klein. Bin mal so nett. So. Ja, ich habe viel länger dran gesessen, als du, Klein. Also sei mal ruhig, ja? Alter, wenn ich... Ich grinde schon wieder fast, ey. Also. Nein. Also. Bist du runter? Ja. Ach, du bist ein Depp, ey. Hast du den Punkt nicht schon? Respawn einfach mal. Oh. Du müsstest doch den Punkt schon haben, oder nicht? Ja, okay. Ich habe ihn. Hi. So, dann komme ich mal wieder runter. So. Ich mache das jetzt mal mit Klein durch. Wir sehen uns gleich, wenn wir fertig sind mit der ganzen Sache. Genau. Jetzt müsstest du es den haben. Alter, 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 Alter. Nach sieben weiteren Minuten hat es Klein endlich geschafft, dank meinen Tipps. So, jetzt müsstest du genau da sein, wo ich jetzt respawn. So. Jetzt müssen wir da rüber. Okay, das geht eigentlich auch noch, oder? Okay, den habe ich nicht, den Punkt. Mein Motorrad hängt. Okay. Ja, ich auch nicht. Ich müsste respawnen, weil ich angehalten habe. Perfekt. Okay, du bist auch da, Klein. Lol, da ist das Ziel. Nein. Ich stecke fest. Nein, nein. Fuck it. Den Punkt habe ich nicht. Bitte. Bitte. Hey, wie soll ich denn wieder hochkommen? Hey, ohne Scheiß. So. Achso, das. So. Die, lol. Du hast das Erinnern als Erster jetzt. Nee, oder? Oh. Hast du ein Glück, mein Lieber, ne? Na gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war bloß die eine Web für mich, weil es hat lange genug gedauert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut beim Klein vorbei und lasst ein Like und Abo bei ihm da. Bei mir auch natürlich, falls euch meine Videos gefallen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich meine natürlich bis dahin. Bis dann.